Die Suche nach AutorInnen kann eine gute Ergänzung für eine Literaturrecherche sein, um zusätzliche Quellen zu finden. Wenn wir allerdings nur nach dem Namen suchen, ist dies relativ ungenau. Es kann mehrere AutorInnen geben, die den gleichen Namen haben, AutorInnen können den Namen geändert haben und so weiter. Um diesen Ungenauigkeiten aus dem Weg zu gehen, gibt es seit vielen Jahren AutorInnen-Identifier. Eine Non-Profit-Option ist ORCID. Die Open Researcher & Contribution-Id ist ein eindeutiger Identifier für einen Autor bzw. eine AutorIn. Sie ist also an eine Person gebunden. Das ORCID-Profil wird von den InhaberInnen der ID selbst gepflegt. Namens- und Adressänderungen und die Verknüpfung zu anderen Profilen, beispielsweise bei Google Scholar oder ResearcherID, können ganz einfach selbst aktualisiert werden. Bei der Einreichung neuer Veröffentlichungen oder Beiträge kann in vielen Fällen direkt die ORCID mit angegeben werden, sodass hier von Anfang an die AutorInnenschaft nachvollzogen werden kann. In den verschiedenen Datenbanken kann man neben der klassischen AutorInnen-Suche auch nach der ID suchen und bekommt so präzise Treffer für die gewünschte Person, wie zum Beispiel BetreuerInnen oder Co-AutorInnen.